Ich habe natürlich jetzt eine andere Rolle, als ich die hatte als grüne Jugendsprecherin. Trotzdem ist es natürlich klar, dass die politische Sozialisation in der grünen Jugend weiterhin total bedeutsam ist für meine politischen Abwägungen. Gerade bei der Klimakrise sind die nächsten fünf Jahre komplett entscheidend. Das ist genau der Zeitraum, der jetzt in die kommende Legislaturperiode fällt und natürlich auch in den Zeitraum, in dem eine neue Bundesregierung auch diese Weichenstellungen vorgibt. Und genau deshalb ist, glaube ich, dieser Bundestagswahlkampf für die junge Generation ein entscheidender Bundestagswahlkampf, vielleicht der entscheidendste seit sehr, sehr langer Zeit. Mein erstes Klassenzimmer, was ist hier? 1b. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es mich schon sehr, sehr früh gestört hat, dass wir von so einem CSU-Hardliner im Deutschen Bundestag vertreten werden. Das war damals der Peter Gauweiler. Der war hier auch ab und zu mal an der Schule und ich habe mich nie so von dem wirklich vertreten gefühlt und hatte auch immer das Gefühl, dass wir eigentlich viel anders machen müssen. Und ich hatte auch schnell so das Gefühl, wieso sind die Erwachsenen eigentlich so doof und schützen das Klima nicht? Das ist doch so klar, das müssen wir doch jetzt machen. Heute ist ja die Wahl für die Ausstellung der Kandidatinnen oder des Kandidaten der Grünen im Münchner Süden für die Bundestagswahl. Und das ist natürlich schon ein wichtiger Tag, weil mit dieser Unterstützung hier könnte ich eine tolle Kampagne hier auf die Beine stellen, um der CSU dieses Direktmandat abspänzig zu machen und vielleicht auch mal diese jahrzehntelange Vorherrschaft der PSU im Münchner Süden zu beenden. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein Big Step für mich heute. Damit hat Jamila die absolute Mehrheit geholt. Liebe Jamila, nimmst du diese Wahl so an? Herzlichen Glückwunsch! Dann darfst du jetzt kurz vorkommen und dir deinen Blumenstrauß abholen, der dort hygienetechnisch einwandfrei liegt, damit wir es auch nicht... Du kannst auch sehr gerne noch kurz Danke sagen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin überwältigt und freue mich sehr, mit euch in diesen Wahlkampf zu starten. Vielen Dank. Ich bin auf jeden Fall stolz. Ich hätte, glaube ich, so vor ein paar Jahren nie gedacht, dass ich mal die grüne Direktkandidatin für eine Bundestagswahl werde. Zumal in einem Wahlkampf, wo es tatsächlich auch darum geht, das Direktmandat zu gewinnen. Das ist eine große Ehre für mich und natürlich auch viel Verantwortung. Aber ich freue mich jetzt auch, das zusammen mit den Mitgliedern in diesem Sommer anzupassen. Ja, ich glaube, ich war 2012 das erste Mal in der Bundesgeschäftsstelle. Also da war ich irgendwie 18, 19. Und es ist natürlich auch ein bisschen eine Form von zu Hause, weil hier einfach unsere Parteizentrale ist und hier irgendwie alle Fäden zusammenlaufen und ich ja auch schon lange irgendwie Teil dessen bin in verschiedenen Rollen. Und deswegen würde ich sagen, natürlich ist es ganz anders zu Hause als München und gerade irgendwie Großhadern so als der Ort, wo ich irgendwie die meiste Zeit meines Lebens verbracht habe. Aber es ist auch irgendwie trotzdem Teil von mir. Ja, da freue ich mich eigentlich schon sehr, dass das jetzt bald auch plakatiert werden kann im München-Nahen Süden. Da steht einmal eine Telefonnummer drauf, mit der mich die Leute zwischen 17 und 19 Uhr freitags erreichen können, mir ihre Fragen stellen können. Und ich versuche so auch nochmal in so einer Phase der Pandemie, wo Begegnungen noch nicht so richtig gut möglich sind, einfach so ein direktes Angebot zu machen, das sehr niedrigschwellig ist. Und diejenigen, die keine Lust haben, mich anzurufen, können wir auch einfach bei WhatsApp oder Signal eine Nachricht schreiben. Wir Grünen haben ja noch nie eine Kanzlerkandidatur aufgestellt und da waren auf jeden Fall alle auch richtig euphorisch, dass jetzt wirklich so Veränderung in der Luft liegt. Kurze Zeit später war dann zu spüren, dass natürlich alle anderen Parteien sich massiv versuchen werden, an uns abzuarbeiten. Ich hatte selber auch den Fall, dass irgendwelche alten Interviewschnipsel verkürzt verbreitet worden sind, mit auch irgendwie völlig falschen Anschuldigungen. Und dann bekomme ich am Tag irgendwie 100 Hassnachrichten und Beleidigungen und sonst sowas. Und ich muss sagen, natürlich weiß ich, dass die Leute mich überhaupt nicht kennen, dass ich für die einfach eine Projektionsfläche für ihren Hate bin. Oder vielleicht auch so falsche Logiken, Soziales gegen Öko wieder auszuspüren, das kram wir im Wahlkampf nochmal raus. Aber es sind am Ende immer die Logiken, die dazu führen, dass man nicht weiterkommt und eigentlich progressive Politik, die tatsächliche Lösungen anbietet, irgendwie kaltgestellt wird. Und das vielleicht auch nochmal zu erklären, warum wir darauf nicht mehr reinfallen dürfen, das ist jetzt die Herausforderung, die wir haben. Und auch ein bisschen besser nutzen müssen, glaube ich, als in den letzten Wochen. Ich würde es nicht als Heimat bezeichnen, weil ich diesen Begriff nicht so mag. Also Heimat ist für mich auch sowas Starres, weil es quasi sozusagen eine totale Fokussierung auf einen Ort hat. Wenn wir jetzt hier mit Leuten über Politik reden, habe ich immer das Gefühl, dass sich da schon sehr viel mehr so ökologisches Bewusstsein einfach eingestellt hat. Und deswegen habe ich eigentlich auch Lust, nicht nur in Berlin Politik zu machen, sondern tatsächlich auch diese Verbindung mit den Menschen hier in meinem Zuhause tatsächlich zu haben. Das finde ich total wichtig und ist auch so ein bisschen der Anspruch, den ich mit meiner Kandidatur tatsächlich verbinde. Folgen von Deutschland